Hallo zusammen! Jungs, Mädels, Palzrockers, Palzrockers, Rinnens, ihr wisst Bescheid, am Freitag geht's richtig ab, das Benefits-Konzert für Hille. Wir würden uns wirklich sehr, sehr freuen, wenn wir die Bude voll kriegen. Also kommt alle zahlreich, bringt die Oma und der Opa noch mit und lasst uns einen richtig geilen Abend haben und vor allen Dingen in Gedenken an der Hille richtig, richtig abfeiern. Wir sehen uns am Freitag! Wir sehen uns am Freitag!